Naja, versuch's doch einfach mal mit. Poch, poch. Wer ist da? Ingmar Bergmann. Jetzt musst du fragen, warum Ingmar Bergmann? Schnauze, Jimmy, unerhört! Wagt ja nicht nochmal, Kyle zu verleumden, kapiert? Kyle ist mein Freund! Wenn du noch ein einziges Mal sagst, dass du seine Mom gefügelt hast, kannst du was erleben, verstanden? Oh, Kyle, Tag. Findest du, dass es nett ist, einen Krüppel zu verhauen? Äh, hey, hey, Kyle! Poch, 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 Kyle!